Showdown in Berlin. So Sanchebli gegen Bürgermeister Michael Müller. Beide wollen in den Bundestag und kämpfen um denselben Wahlkreis. Fairer Wettkampf oder haben Frauen es schwerer, Karriere in der Politik zu machen? Nur knapp ein Drittel der Bundestagsabgeordneten sind Frauen. Hilft da eine Quote oder soll nur die Kompetenz entscheiden? Und sind Kinder häufig das Karriereende für Frauen? Ganz viele Themen, wo ich jetzt schon einen Puls habe von 210. Der sich auch nicht beruhigen wird. Wo fange ich jetzt an? Also genau, ich stelle mir das für Volk vor. Du willst kandidieren für den Bundestag, dann kommt dein Chef da in dein Netz rein und macht da jetzt irgendwie auch mit. Motiviert dich das oder macht dich das sauer, ganz ehrlich? Nein, darum geht es gar nicht. Weder Motivation noch sauer sein, sondern ich komme aus einer Region, meine Eltern kommen aus einer Region, wo ich wahrscheinlich, wenn ich kandidiert hätte, im Knast säße. Ich finde, wir leben in einem demokratischen Land, wo es total normal sein sollte, in einem Wahlkreis zu kandidieren, der auch mein Heimatbezirk ist. Genauso wie er, der Regierende das Recht hat, in dem Wahlkreis auch anzutreten. Für mich ist das echt ein demokratischer Prozess. Ich bin total stolz, irgendwie in diesem Land zu leben und das machen zu können, ohne dafür Repression oder so zu erfahren. Weißt du, was ich meine? Also es ist eher die Seite, dass es sich dann doch irgendwo motiviert oder glücklich stimmt. Das macht dich nicht sauer, du gehst jetzt nicht auf Konfrontation. Nein, nein, aber ich habe schon letztes Jahr kommuniziert, ganz offen und transparent, dass ich mich bewerben werde um diesen Wahlkreis. Von daher, ich bin bei meiner Linie geblieben und bin mit mir im Reinen. Jetzt ist eine blöde Konstellation entstanden, aber ich glaube, das muss möglich sein, in einem fairen, transparenten Wettstreit, dass der Beste die Beste dann gewinnt. Denkt der auch so? Was meinst du? Bitte? Denkt der auch so? Ich glaube schon. Also wir können beide nur gewinnen, wenn wir beide genau so denken. Weil wenn wir es nicht täten, wenn es unfair würde und intransparent, glaube ich, dann schadet das der Partei.